So Leute, es ist Sonntag, eure Fragen, ich beantworte, lasst uns direkt loslegen. Was willst du mit dem Villain-Arc erreichen? Mit dem Villain-Arc möchten wir, oder ich, beziehungsweise möchte das Beste rausholen aus mir, was ich gerade tun kann. Mir ist einfach aufgefallen, ah, guck mal, ich bin jetzt fit, ich hab mir einen Körper aufgebaut über die Jahre. Weil, selbst wenn ich mal, was war das, vor zwei Jahren einmal kurz krank war für eine Woche oder zwei, hat sich körperlich bei mir nicht viel verändert und meine Kraft ist auch nicht viel weggegangen. Das heißt, ich hab mir eine stabile Basis aufgebaut. Ich bin immer fitter geworden. Letztes Jahr, nee, Sean, das Training war auch super, neue Sachen rausgefunden, wir sind ein bisschen in die Masse reingegangen, haben Sachen gemacht, die wir sonst so nicht im Training machen. Und mir ist einfach aufgefallen, irgendwann nach einer Zeit, dass, obwohl wir hart trainiert haben, sehr hart sogar, zwölf Einheiten die Woche, dass da trotzdem eine Art Komfortzone entstanden ist mit den Uhrzeiten. Und ich hab einfach gemerkt, dass ich mich selber anschnacke, weil egal, was ich am Tag erledigt habe, es gab 50 Sachen, die ich immer gesagt habe, die ich tun wollte, aber nie getan habe oder nie eingeleitet. Ich sag zum Beispiel seit zehn Jahren oder fünf Jahren, ich will irgendwann mal wieder Spagat können, weil ich das früher konnte. Nur hab ich nicht eine Minute reingesteckt oder meine Hüfte tut mir weh. Vom Football hab ich immer wieder erzählt. Hab zwar ein Training drumherum viel gemacht dafür, aber nicht wirklich was nur dafür. Ich hab gesagt, ich möchte mit Yoga anfangen. Habe ich hier mal kurz gemacht, dann wieder nicht, dann on and off halt. Ich hab gesagt, ich möchte endlich einen Handstand können, weil ich komm immer irgendwie in den halben Handstand, ohne mich hochzudrücken. Und damit war ich dann auch irgendwann zufrieden auf, wer kann das schon mit 120 Kilo. Und diese Ausreden haben sich einfach so angesammelt, dass ich einfach gemerkt hab, da muss sich was ändern. Es ist jemand gekommen aus der Schweiz zu mir und ich schon und der war in unserem Kraftbereich. Und das hat uns sehr getroffen, dass wir realisiert haben, die Stunden, die wir reinlegen, bringen gar nichts. Gerade wenn jemand einfach kommen kann und genau so stark sein kann wie wir. Deshalb haben wir uns jetzt entschieden, wirklich uns sechs Monate komplett auf unser Körper und unser Geist einzugehen und uns wirklich das zu geben, was wir brauchen. Das heißt, die Villain Arc ist eine egoistische Zeit. Das ist eine Zeit, wo ich von morgens bis ab 22 Uhr einen straffen Zeitplan fahre und es jeden Tag wiederhole. Es gibt keine Ausnahmen, es gibt keine Rest Days, es gibt keinen Tag, wo ich mal dann bis 9 Uhr schlafe. Wenn ich ausschlafen möchte, gehe ich um 8 Uhr schlafen. Ganz einfach. Um 4.44 Uhr würde ich trotzdem aufstehen. Es ist egal, was von anders ist. Es kann Weihnachten sein, es kann mein Geburtstag sein. Es ist lax. Die Villain Arc bedeutet, über sich hinaus zu wachsen, an einen dunklen Ort zu gehen. Das heißt, wie im Anime. Du gehst an einen dunklen Ort, um besser zu werden. Und findest raus, wer du wirklich bist. Das heißt, jeden Morgen um 4.45 Uhr aufstehen und die erste Einheit um 5 Uhr zu machen. Da habe ich die letzten 10, 15 Tage rausgefunden, wer ich wirklich bin. Weil ich gemerkt habe, oh krass, das macht mir eigentlich schon Spaß. Und ich habe mich immer wieder davon gestreut. Und meine Fäuste bluten jeden Morgen wieder auf, weil ich kann ja nur auf meine Fäuste machen. Und nach zwei Wochen merkst du, der Körper ist komplett fest. Und dadurch, mein ganzer Alltag geht nur noch darum, körperlich voranzukommen. Und da es auch mein Beruf ist, arbeite ich effektiver. Dadurch, dass ich, man denkt, okay, jetzt trainierst du dreimal am Tag. Und was ist mit deiner Arbeit? Wie verdienst du Geld? Ich verdiene gerade in diesen letzten 10, 15 Tagen, habe ich mehr Umsatz bei mir reingeholt als sonst. Weil mir mehr Leute schreiben und mehr Leute Bock haben auf Ernährungspläne und Trainingspläne. Das ist der Wahnsinn. Das läuft einfach Hand in Hand. Ich habe so einen straffen Zeitplan. Ich weiß immer, wann ich im Büro sitze wie jetzt und wann ich zu arbeiten habe. Und dann weiß ich auch ganz genau, okay, jetzt ist die und die Uhrzeit. Jetzt heißt es für mich, ich muss meine Mahlzeit zu mir einnehmen. Jetzt heißt es für mich, ich muss meine dritte Einheit machen und so weiter. Das heißt, für mich, diese Villain-Org bedeutet gerade alles. Ich bin auch super dankbar, dass ich das hier durchmachen kann. Und dass ich Leute wie Nashorn um mich herum habe, die mich genau in diese Richtung dann auch gepusht haben. Und nochmal mehr wollen. Deshalb ist es so wichtig, was für Menschen habt ihr um euch herum? Wer ist um dich herum? Wer sind die drei, vier, fünf Personen, die jeden Tag mit dir sind? Weil die Leute um dich herum können dich runterziehen oder sie können dich richtig aufbauen, ohne dass du es merkst. In beiden Richtungen. Und deshalb ganz wichtig, achtet drauf, wenn es euch gerade nicht so gut geht und ihr merkt, es läuft nicht so, wie es laufen soll. Achtet mal auf alles. Achtet mal auf die Kleinigkeiten. Ob es euer Umfeld sein kann, ob es die schlechte Ernährung sein kann und so weiter. Das heißt, für mich, die Villain-Org wird nochmal beweisen, dass ich selber der krasseste bin. Und das meine ich jetzt nicht in einer arroganten Art, aber dass ich mit 37 Skates lerne, die ich sozusagen ruhig gesagt habe, egal, wer braucht das schon. Als Ausrede habe ich das gemacht, weißt du. Aber warum soll ich denn keinen Planche können? Warum soll ich keinen Handstand können? Warum soll ich nicht wieder, obwohl meine Hüfte kaputt ist, wieder mit 250 Kilo Kniebeugen schaffen können? All den ganzen Krams habe ich mich immer und immer wieder gefragt. Warum soll ich nicht, obwohl meine Hüfte so kaputt ist, einen Spagat wieder können? Und ich merke jetzt nach, wie gesagt, zwei Wochen, meine Hüfte fühlt sich besser als in den letzten fünf Jahren. Und das habe ich meiner Morgenroutine zu verdanken, die ich natürlich auch nach dieser Villain-Org dann für euch auch als Trainingsprogramm raushauen werde, damit ihr auch dieselbe Entwicklung machen könnt, vor allem für Spitzensportler ist wichtig. Was passiert aber noch in der Villain-Org? Es dreht sich halt den ganzen Tag darum, wie kann ich besser werden? Das heißt, ich dusche dreimal am Tag kalt, heiß, kalt, nach dem Training direkt heiß, kalt, drei Minuten heiß, drei Minuten kalt, drei Minuten heiß, drei Minuten kalt. Das ist etwas, das öffnet eure Adern. Das heißt, wenn ihr diesen Wechsel macht von heiß und kalt, öffnen sie sich und schließen sie sich. Und das ist super gut für die Regeneration. Morgens direkt in die Eiswanne legen, zwei Songs. Das heißt, es sind immer so fünf bis acht Minuten. Abends nochmal Muskel-Relaxer, Badewanne. Ja, es ist halt, viele würden sagen, boah, wie kann man sich da die Zeit nehmen? Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und vor allem, wenn deine Gesundheit dir wichtiger ist als dein Chef, dann nimmst du dir die Zeit. Und wenn du es nicht schaffst, weil du acht Stunden arbeitest, guck mir mal in die Augen. Ich arbeite mehr als acht Stunden am Tag, gefühlt. Weil ich habe jeden Tag mindestens fünf Kunden Calls. Im Schnitt geht ein Call 30 Minuten, rechne das zusammen. Das sind schon was, zweieinhalb, drei Stunden. Dann sitzen wir hier auch vier, fünf Stunden. Dann hat man noch die Kinder. Dann hat man noch das. Dann hat man hier noch E-Mail. Ich bin die ganze Sache nur am Tun, gefühlt. Und ich habe mir die Zeit einfach für mich genommen. Das heißt, in den Zeitpunkten, wo meine Workouts sind, ich trainiere. Wenn ich meine zweite Einheit fertig habe, wachen die meisten Menschen auf. Viele Leute sagen, ja, und was für einen normalen Alltag soll ich denn noch haben? Was für einen Alltag? Du sollst gesund werden. Du sollst erfolgreich werden. Du sollst deine beste Version werden. Das ist das Leben. Und nicht irgendwo den ganzen Tag rumchillen und immer wieder dasselbe machen. Und billiges Dopamin in dir reinschaufeln. Naja, zusammengefasst ist das sozusagen die Villain-Arc, die wir jetzt gerade durchleben. Und die mich wirklich so sehr aus meiner Komfortzone nochmal rausgeholt hat, dass das, dieses Schmerz, das ich jeden Tag durchmache, für mich wie das wahre Komfort ist. Das ist unglaublich. Kann ich nur jedem empfehlen. Schreibt euch mal ein paar Sachen auf den Zettel. Schreibt euch mal, wie ihr da hinkommen wollt. Und dann exekutieren, exekutieren und exekutieren. Was ist deiner Meinung nach das Beste für Regeneration? Das Beste für Regeneration? Es gibt, glaube ich, nicht das Beste für Regeneration. Ich glaube, es sind viele Sachen in Kombination, wie ich selber herausfinde. Nach meiner zweiten Einheit habe ich meistens schon über 10.000 Schritte gegangen. Das ist um 9 Uhr morgens. Das alleine sorgt für Durchblutung in meinem Körper. Und ich fühle mich viel, viel besser. Ich meine es ernst. Erster Tag, wo ich losgegangen bin, meine Hüfte. Boah, soll ich echt jeden Tag hier hin und zurück gehen? Ich glaube, ich nehme ein Auto. Nee. Ich bin jeden Tag, gehe ich hin und zurück. Und ich fühle mich am Tag 11, 12 so krass, wenn ich gehe morgens. Ich fühle mich wie ein Überathlet. Wie so ein Übermensch. Leichtfüßig. Ich bin, also wie gesagt, es sind so viele Sachen. Ich selber gerade, muss ich sagen, nach all den Einheiten fühle mich so frisch und kann immer richtig frisch in die dritte, zweite Einheit gehen. Weil ich, wie gesagt, wirklich auf die Kleinigkeiten gerade achte. Ich schlafe mehr als sechseinhalb Stunden. Das macht einen Riesenunterschied. Ich würde sagen, Schlaf ist einer der unterschätztesten sozusagen Regenerations- oder Unterstützungen im Leben allgemein, die wir hier haben. Weil Schlaf schüttet Wachstumshormone aus. Und wenn du zwischen sechs und acht Stunden schläfst, täglich, was die Spitzensportler auch machen, hast du eine Regeneration eines jungen Gottes. Das ist einfach so. Weil in den letzten zwei Stunden, sechs bis acht Stunden, werden richtig viel Wachstumshormone nochmal ausgeschüttet. Du musst dir vorstellen, im Knast war ich 143 Kilo. Ich habe 140 Kilo Shoulder Press frei, also auf der Hand gemacht. Weißt du? In Wiederholung. Aber nicht, weil ich irgendeine Formel hatte. Nein, es waren simple Sachen. Ich habe jeden Tag acht bis zehn Stunden geschlafen. Natürlich. Ich habe in der Küche gearbeitet. Das heißt, ich habe jeden Tag richtig gut gegessen und viel. Und ich hatte jeden Tag eine Stunde Gym. Das heißt, ich war konstant für eineinhalb Jahre im selben Zyklus. Und das war für mich so krass zu sehen, wie mein Körper immer stärker wird. Weil ich gerade viel mehr Schlaf habe. Dann ist es natürlich die Ernährung. Ernährung ist auch super. Eine der besten Regenerationssachen, die wir unseren Körper antun können. Wenn du nur Scheiße frisst und zu viel Fleisch isst und zu viele Milchprodukte, dann wird deine Inflammation in deinen Körper erhoben und du regenerierst schlechter. Das heißt, wenn du darauf achtest, Milchprodukte wegzulassen. Nicht zu viel Fleisch. Meine erste Mahlzeit ist meistens nie Fleisch. Ich versuche wirklich so drei, viermal die Woche nur Fleisch zu essen. Mal mehr, mal weniger. Aber ich esse zum Beispiel niemals zweimal am Tag Fleisch. Das ist zum Beispiel viel zu viel für meinen Körper. Auch zum Verdauen. Das heißt, wir müssen uns wirklich informieren. Was braucht mein Körper? Wie funktioniert mein Körper? Und dann würde ich halt wirklich sagen, dass die Nummer eins wechselt bei mir, ist das Fasten. Und darauf werde ich nochmal richtig eingehen in Zukunft. Also ich werde auch einen Podcast mit einer Heilfasten machen. Aber Fasten, würde ich schon sagen, hat schon damals mein Leben verändert. Ich habe ja schon mal die Transformation gemacht. Wende ich mal ein. Das war damals, wo ich in Berlin gelebt habe. Und da habe ich die Ketos genommen. War in der Ketose und im Fasten. Und wenn du im Fasten bist, bist du in der Ketose. Ketose ist unser natürlicher Urzustand. Wenn wir geboren werden, sind wir in der Ketose. Wenn wir sterben, sind wir in der Ketose. Die ersten neun Monate oder wie lange deine Mutter dich gefüttert hat mit ihrer Brust. Das ist auch die Ketose-Phase. Also Ketose ist ein sehr natürlicher Zustand. Und ich glaube, bei 80% Depression, wenn Menschen anfangen würden, alle zu fasten. Und mit Fasten meine ich Intervall oder Intermittfasten. Das heißt, ihr habt ein Zeitfenster von 8 Stunden, wo ihr isst. 16 Stunden trinkt ihr nur Wasser und Tee. Ich habe Leute, die haben das jetzt die letzten 8 Wochen gemacht, alle 10 Kilo, 15 Kilo weg. Alle. Das ist egal, wer du bist. Das ist auch egal. Erstmal, weil für Leute, die es so schwer fällt. Es gibt so viele, ich will jetzt radikal sein, aber so viele fette Säule da draußen. Auch vom Kopf her, weißt du, die so faul sind im Kopf und nicht schaffen, das Zucker wegzulassen. Aber es ist nicht mal deine Schuld, sondern es ist, du bist abhängig. Wie ein Heroin-Junkie, das ist ganz normal. Das heißt, solchen Leuten empfehle ich immer direkt, fasste doch mal. Heiz aus, beiß die Zähne zusammen. Bis 12 Uhr mittags, ess du gar nichts. Und dann fress, was du willst. Ab 20 Uhr isst du gar nichts. Und rate mal, was passiert. Du fängst an abzunehmen, du fühlst dich besser, weil dein Magen nicht die ganze Zeit zu voll ist. Und schon fängst du an langsam, ich trinke mal ein bisschen mehr Wasser. Irgendwann kriegst du, umso länger du Zucker weglässt, umso mehr kriegst du auf einmal wieder Bock auf Gemüse und Obst und solche Sachen. Und für mich war das, glaube ich, das Schwierigste, Zucker wegzulassen. So allgemein. Weil ich habe, egal, jedes Sonntag bei meinem Vater, schön Lakritz, Bonbons, ich esse nur 5, 10, 15, okay, noch länger zu 5, 20. Okay, zwei Stück noch. Zwei auf einmal. Und das war wirklich der Letzte. Okay, gut, ich nehme jetzt noch 5 und dann war es das. So ist mein Kopf, wenn ich anfange Süßes zu essen. Und das ist keine Schande, deshalb sage ich, fühlt euch nicht beleidigt, wenn ich sage, du fette Sau. Du bist aber eine fette Sau, weißt du? Das ist ein Fakt. Nur, wie gesagt, du kannst jetzt was ändern, kannst anfangen zu fasten, du kannst dein Fett in die Hand nehmen und das wegtrainieren. Und wenn ich Leute im Fitnessstudio sehe, die richtig, richtig übergewichtig sind, dann kriege ich fast Tränen in den Augen. Und will am liebsten hingehen und sagen, super, genau so, genau so will ich dich sehen. Mach jetzt jeden Tag weiter. Mach nicht zu viel. Und wenn du Hilfe brauchst, sag mir gerne Bescheid, weißt du? So, das ist das, was ich fühle, weißt du? Und wenn ich einen fetten bei Burger King sehe, denke ich nur, du fette Sau, das kann doch nicht sein. Sag mal, du kannst mir nicht erzählen, dass du dich gerade wohlfühlst. Und du gehst zu Burger King. Sag mal, was ist denn los mit dir? Fang doch mal irgendwo an. Weißt du? Und wie gesagt, das sind kleine Schritte. Fang klein an. Lass erstmal Fastfood weg. Kein frittiertes Essen mehr. Zucker. Brot. Immer Stück für Stück. Leute, ihr müsst aufhören, so viel rumzujammern. Ihr müsst aufhören, immer jedem die Schuld zu geben. Und ihr müsst aufhören, der ist so gemein und fies. Sondern ihr müsst mal ins Spiegel gucken und erkennen, dass du bist der Fiesling. Du bist derjenige, der sich selber hängen lässt. Ich nenne dich fett, aber du bist fett. Nicht wegen mir, sondern wegen dir selber. Und es wird Zeit, eine Änderung zu machen. Wie hängt Ernährung und Krebs zusammen? Ernährung und Krebs gehen Hand in Hand. Ich habe mal einen Artikel gelesen, dass du 70% der Krebssorten eliminieren kannst, alleine durch die Ernährung. Weißt du? Und ich glaube, wenn wir wirklich hingehen und gucken, wie die Krebsquoten sind in verschiedenen Kontinenten, wo nicht verarbeitetes Essen gegessen wird, sind die Krebsquoten drastisch unterschiedlich. Ich glaube, wir sind gerade bei 48% Männern und 42% Frauen in Deutschland. Erschreckend. Das heißt, wenn ihr euch umschaut und geht in euer Telefonbuch, guckt mal in euer Telefonbuch und wird euch klar, dass jeder zweite von euren Kollegen Krebs haben wird in dieser Lebenszeit. Wird dir das mal klar. Das ist wichtig zu verstehen. Das musst du dir mal einsaugen lassen. Das heißt, guckt mal deinen Kollegen an. Es ist nur eine, 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 muh. Und raus bist du. Das war's. Der eine hat ein bisschen bessere Genetik und kriegt mit 60 Krebs. Der andere kriegt schon mit 25 Krebs. Weißt du? Das ist leider so. Und viele Leute sterben unnötigerweise dann in Chemo und sonst was. Und es gibt so viele Belege von Menschen, die angefangen haben zu fasten, die ihr Leben geändert haben mit so einem Tumor und weg ist das Ding. Und was meinst du, was passiert, wenn du noch nicht die Diagnose gerade hast? Weißt du? Die Krebszellen sind in deinem Körper. Die warten nur darauf auszubrechen. Es sind verschiedene Komponenten, die zusammengeführt werden müssen, dass überhaupt diese Krebszelle ausbricht. Und dein Körper kämpft den ganzen Tag gegen Schädlinge. Und deshalb müsst ihr anfangen zu fasten, weil Zellenerneuerung. Ihr müsst anfangen, in die Getose reinzugehen für eine kurze Zeit. Biohacking nennt man das. Ihr müsst anfangen, euch mehr mit eurem Körper zu beschäftigen. Mehr mit eurer Psyche. Schlechte Gedanken. Stress. Lösen Sie auch Krebs aus. Nicht nur Ernährung natürlich. Natürlich erbbedingt und hier und da. Ja, erbbedingt. Ja, deine Familie ist seit drei Generationen nur scheiße. Das ist dein erbbedingt. Verstehst du? Da hast du dein erbbedingt. Änder doch was. Sei doch der Erste, der kein Krebs bekommt in deiner Familie. Und wie gesagt, für die Leute, die sich gerade auch angesprochen fühlen und sagen, ey, ich habe alles richtig gemacht, Krebs gessen. Ey, wenn ihr wüsstet, wie viel man falsch macht. Man kann gar nicht auf alles achten. Als ich rausgefunden habe, das Sonnenblumenöl, so hochgradig krebserregendes Rapsöl, habe ich mich so betrogen gefühlt. Weil mein Leben lang esse ich Sonnenblumenöl. Ich dachte, Sonnenblumenöl, das ist doch Sonnenblumenöl, Ölsamen. Ich habe gehört, die Sonnenblumen doch, ey, ist doch gut. Woher soll ich das wissen? Warum erzählt ihr uns das nicht in der Schule? Warum sagt ihr uns nicht, Sonnenblumenöl ist scheiße für dich? Letztens gelesen, 20 Prozent unserer Kalorien werden durch Sonnenblumenöl erzeugt. Kein Wunder, dass wir alle so fett sind. Ja, guck doch mal auf die Packung. Guck mal auf die Packung. Überall ist Sonnenblumenöl, 20 Prozent, 15 Prozent Rapsöl. Schaut mal drauf. Ich challenge euch 30 Tage, mal drauf zu achten, was sie ist. Und rate mal, was passiert, wenn du nicht mehr so viel verarbeitete Lebensmittel zu dir nimmst, sondern wirklich natürliche Lebensmittel, die es vor Hunderten von Jahren gab. Du fühlst dich besser, genau. Unerklärlich, ne? Depressionen fangen an wegzugehen. Die schlechten Gedanken, die Bauchschmerzen, die du ständig hast. Oh, meine Knie, meine Gelenke. Ja, na klar. Entzündungswerte sind super hoch. Wir müssen darauf achten. Ich kann es immer nur wieder sagen. Leute, ihr habt euer Leben in der Hand. Und das eueres Umfeldes. Ihr seid nicht verantwortlich für euer Umfeld. Aber wenn du heute zu Superman wirst, rate mal, was passiert. Entweder ziehen sie mit oder du bist weg. Ganz einfach. Weil es passt nicht. Einen gesunder und die anderen saufen und kiffen und chillen den ganzen Tag. Das passt einfach nicht zusammen. Das heißt, entweder werden sie sich dir anpassen oder du wirst dich Stück für Stück von denen entfernen. Deshalb sage ich, du hast alles in der Hand in deinem Leben. Mit wem du rumhängst, wer du sein möchtest und wer du wirklich bist. Das heißt, wie gesagt, fang heute an, Leute. Es ist Sonntag. Morgen ist Montag. Scheiß auf den Ersten. Scheiß drauf, was du dir... Ach, 2004. Nein, jetzt. Steh auf. Geh bei Energy World auf ein Workout und mach ein Workout. 15 Minuten. Ganz simpel. Und schreib mir danach auf Instagram. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ciao. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag.